Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mii-Nachrichten war der 6. Juni 2022. Heute feiert Kimi eine Geburtstag, sie wird stolze 48 Jahre alt. Wir übertragen jetzt Live-Szenen von der Geburtstagsfeier im Istanbul Hotel. La 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 Danke schön. Hurra. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Toll, dass ihn alle gefeiert haben. Diesen Tag erleben alle einmal pro Jahr. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Bluschlein. Der 6. Juni war das Sendedatum dieser Mediennachrichten. Bye.